Hier steckst du. Irgendwas gefunden? Nichts unheimliches, wenn es das ist, was du meinst. Wofür ist dieser Schalter? Eröffne das Tor dort oben. Warte bis ich in Position bin und dann los. Sag wann. Natürlich machen wir das. Aber zuerst... Komm her, du Bluder. Hey, ziele mit dem Ding in eine andere Richtung. Dafür, dass du ein Blieb... Geht gar nicht. Für all die Jahre, die ich auf dich warten musste. So, hast du jetzt davon. Doch, ich find das witzig. So, los jetzt. Warte doch nochmal. Hey, ziele mit dem Ding in eine andere Richtung. Ach ja. Ptsch. Jetzt kommen die Lederhosen raus. Mutti. Wurde schon ein Meter ran hier. Hör auf damit, das ist nicht witzig. Doch, ich find das witzig. So. Mal wieder ernst bleiben hier. Ja, erst mal sauber machen. Jetzt, Sophia! Ich kann es von dieser Seite nicht öffnen. Nicht schlimm. Ich muss noch etwas spionieren. Warte. Was ist mit dieser Vorahnung? Hast du sie immer noch? Ja, aber die Gefahr ist noch weit entfernt. Dir wird nichts passieren. Vorerst. Ich mag ihren Optimismus. Na, super. Vorerst. Was soll das denn heißen? Wofür ist der Block da? Na, das sieht mir aber doch nicht so koscher aus. Das muss ich erst mal untersuchen hier hinten. Hü. Hüpf. Wo komm ich denn hier hin? Ach, guck mal. Oh, ne. Ach. Sieh mal einer an. Sieh sich einer das an. Ein Verbandskasten. Ja, Verbandskasten. Pipapo. So. Einmal Rohrgangsartefakt. Wo sind wir denn hier gelandet? Hä? War eigentlich so schnell. Naja, was auch immer. Versteh ich nicht. Ist vielleicht später noch wichtig. Uäh. Sprecher mal. Ups. So. Und folgen wir mal hier der Bretter. Dem Bretterweg. Haben wir hier noch was? Da liegt doch einer. Ach, guck mal an. Hey. Haben wir jetzt alle? Ne, einer fehlt immer noch. Finden wir auch noch. Finden wir auch noch. Jetzt machen wir erstmal die Wand kaputt. Hä? Oh nein. Okay. Wir müssen, wenn ich mich richtig erinnere, da auf diesen mittleren Pfeiler drauf. Ah, das wird ja lustig. Ah, komm, 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 komm. Nein! Ah, was? Wo war denn der Quickload? Wo war der hier auf 6 und auf 4? Auf 7? Auf 8? Auf 8? So, und zwar hat das folgende Bewandtnis. Wenn ich es schaffe, kann ich es euch auch hoffentlich zeige. Na, oh, doch. Und zwar, da hinten ist unser letzter Schatz. Deswegen speichere ich jetzt hier mal. Wenn wir das nicht geschafft hätten, hier hoch zu springen, wäre uns dieser Schatz für immer verloren gegangen. Wir hätten nicht mehr hier hin zurückkehren können. Also, deswegen habe ich nochmal neu geladen. Was ist das jetzt? Eine Statue. So. Oh, oh, oh. Okay. Einmal Schalter drücken. Und damit geht es jetzt ganz bequem nach draußen. Hoffentlich. Okay. Jawoll. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Das sind immer so Bruchstücke, an die man sich erinnert, aber der Rest, der fehlt einem dann. Ist hier so eine kaputte Wand. Äh, hallo? Hä? Halt. Moment. Erstmal warten. Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Wer kennt das noch? Ja, schön hier. Ähm. Nein. Och. So. Nochmal. Ha. Jetzt hat das auch geklappt. So. Ah. Guck mal, hier sind wir jetzt. Ach was. Ähm. So. Äh, hallo? Ne, das ist auch ein anderer Raum, aber die Fallen sind gleich. Ah. Boah. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Hilfe. Mach doch sowas nicht mit mir. Wo sind wir denn hier? Wo geht's denn da oben lang? Huh. Wo bin ich denn hier? Hä? Ach, wir sind jetzt hier. Wir sind eben hier lang gegangen, richtig? Ja, genau. Ach, jetzt macht das alles seinen Sinn. Ach so. Oh. 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 So. Uaaah. Aua. Da tut doch weh, Leute. Was? Uaaah. Den ja noch einmal her. Höh, da ist er ja. Höh, 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 höh. Nein, jetzt die Waffe weg. Mist. Seh sonst nur einer. Hallo? Nein, keiner da. Na toll. Volotnikov muss hier gewesen sein. Zu dumm, dass er nicht besser auf seine Ausrüstung achtet. Dieses Ding braucht einen neuen Flaschenzug. Krieg ich denn jetzt einen Flaschenzug her? Ah, guck mal, wer da ist. Hallo? Ah. Lass mich in Ruhe. Ich geh ja wieder. Wo krieg ich denn jetzt den Flaschenzug her? Au. Ah, du Idiot. Toll. Au. Ja, ja. Ist die gut. Ja, ja, ja. Oh, mach doch keinen Scheiß hier jetzt. Mann. So, wo krieg ich diesen blöden Flaschenzug denn her? Hm. Oh nein. Mami? Äh. Hilfe. Was war das für ein Quicksave? Ich mach mal einen zweiten Quicksave dahin. Jo. Boah. War der vielleicht in einem von diesen komischen Kisten da? In diesem Gang, wo wir waren? Toll. Bin schon wieder hier. Will ich ja gar nicht sein. Boah. Okay, da war es jedenfalls nicht. Hm. Höp. Höp. Die eine Kiste war nämlich so merkwürdig hell Als ob da noch irgendwas mit Als ob man da noch was mit machen müsste Na Hier, die hier Die Kisten stehen auch so komisch davor Vielleicht kann man die ja Wegschieben, die Kisten Schieben wir den mal hier rein Achso, entschuldige bitte Dann drücke er die Kiste nach vorne Noch ein Stück vielleicht? Ah, Mann Nee, geht nicht Okay, schade Hätte klappen können So, die jetzt auch nach vorne Und jetzt hier die Kiste Aha Okay Komm ich da rein? Nur mit Griechen Was ist das? Ein Ersatzteil Korrekt Okay, das ist wahrscheinlich unser Unser fehlendes Rad für den Flaschenzug Das geht Das geht Boah, das war knapp Okay, damit auf zurück zum Zur Gondel Dann bauen wir mal das Teil da dran Die Wand sieht aus Als würde sie bald einstürzen Welche Wand? Hier ist keine Wand So, dann speichern Okay, das klappt Hervorragend Okay Okay Achso, da hab ich keine Leute. Ja, ja, ist ja gut. Hier kommt doch eh nicht her. So. Eine Kette? Das ist ein Rad. Okay, auf geht's. Ah, toll. Äh. Ja, ja, ist ja gut. Und so einer ohne Fahrerschein. Änderlich noch eine andere Waffe. So. Ja, der wirft. Alter, geht's noch? Erstmal hier. Erste Hilfe Paket. Sterben. Uuuuuh! Ja, jagt euch selbst in die Luft. Uuh, hallo! So, was ist das jetzt? Speicher nochmal. Toll! Idioten! Warte? Kann ich auch. So kommt hier keiner mehr. Siehste? So. Einmal aussammeln hier alles. Noch eine Granate. So hier gibt's noch... Ein Erste Hilfe Paket. Noch eine Waffe. Wahahahaha. Nein! Ach Mist. Na ja, wir haben ja gespeichert. Alles kein Problem. Okay. Was? Hast du Wodka? Ich hab nix Wodka. Hast du selber keine Wodka oder was? Hast du Wodka in der Supermarkt? Was? Und Zucker auf! Wodka! So. Geh mal weiter her. Eine Granate. Auch ne Granate. Äh. Ich heil mal eben. Hä? Ein Ersatzteil? Bitte was? Was ist denn jetzt los? Hallo? Das Spiel hängt. Nein! Ich kann nix mehr machen. Hallo, hallo? Ähm. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann!